Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fall Guys in der dritten Season. Mit dabei sind natürlich immer noch Ralle und Moon. Hallo. Hier hinten würde ich sagen ganz links dann. Okay, und wir sind immer noch im Stream, also nicht wundern. Hallo. Am Anfang ist das einmal jeweils die dritte von rechts und links. Was? Am Anfang sind die wirklich kleiner. Das sehe ich so sch... Ich glaube, das haben die bestimmt geändert jetzt langsam, also... Nee. Nee? Okay, ich sag hier. Ich hätte jetzt ganz außen gesagt, aber... Ja, da, wo ich gesagt habe. Hallo. Nee, geht ihm mal vor. Geht nicht. Oh Mist. Ich bin gegen zwei zugesprungen. Das ist schon mal schlecht. Oh oh. Oh oh. Ich werde verrannt. Ich schlappe hier einfach die ganze Zeit eine halbe Tür mit, ey. Ich nehme die Tür mit. Warum nicht? Ich habe mich bezahlt. Ich nehme mich mit. Denk dran, ganz links ging es noch mal als letztes, würde ich sagen. Wenn das immer noch so ist. Nö, bitte. Ja, okay, dann ist das. Oder ich habe... Nein, 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 oh nein. Okay, ich stehe. Ich bin, glaube ich, ganz... Ich habe mein Skin noch gar nicht geändert. Oh, ich bin... Oh! Als vorletzte oder letzte bin ich drin. Hast du es auch geschafft, Marcel? Alle drin, ja. Yay. Boah, ich war oben an der Tür des Puls, weil wenn die alle nach unten springen, dann bin ich komplett gefangen gewesen. Oh, diese Katze da oben, was ist das? Gut, du siehst die Katze woanders als wir, ne? Das ist so eine Katze, so eine mechanische Katze. Ach so, das ist auch so irgendein Spiel. So eine Winkelkatze? Ne, das ist irgendein Spiel von, von, ähm... Ja. The Delicke würde ich schon sagen, ne, wie heißt denn hier nochmal? Der Publisher. Ähm. Ja. Ja. Die von Hotline Miami, die Publisher, die coolen, die jedes Mal auch die coole... Die Volver. Die Volver, danke. Die Volver Digital. Genau. Ah, jetzt haben wir da ein zweites Spiel, okay, interessant. Hm. Wir gerne haben jetzt auch nochmal sehen. Ey, gut, das haben wir jetzt mal an. Mit den Sachen schieben und so, so was, in der zweiten Season war, da kenne ich auch alles gar nicht. Das kommt ja auch noch an. Das würde mich interessieren. Weiß ich, dass ich das nicht schaffe und nicht kann. Hm. Äh, scheinbar. Okay, bei dem Spiel sollte es vielleicht gehen, aber sobald wieder hier dieses Spiel laufen, die du uns kommt. Hm. Also, dass wir schon direkt stehen, der Elf? Da ist schon einer runter, der Schatz. Unterkann ist mir da... Oh, nee. Großfeindachs-Elf mit Söckchen. Oh je, aua. Autsch. Aua. Ich... Uh, da sind immer kleine Schnelle. Ich hab immer noch ein Problem, dass ich manchmal auf andere Leute gucke. Warum? Ja. Geh doch auf! Warum? Oh Gott, ich bin weggekriegt worden. Ich bin weggekriegt worden. Oh. Oh Gott. Au. Oh cool, man kann oben am Rand sich langbacken, wenn man da hingeschlagen wird. Das ist ja auch immer gesehen von jemandem. Nein, 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 nein. Nein, und meine Ausfluss sind wir natürlich nicht mit rechten. Okay. Oh, da ist Moon. Okay, mit drin. Nein! Oh nein! Oh nein! Das ist Moon! Hat doch nicht jemand so'n Arsch gekickt, ja. Dieser Po. Dieser Po. Na. Nein, nicht schon wieder. Ich schaff' das nicht. Doch. Ich kann nicht, ich kann doch nicht mal springen. Paul, ich bin da oben aufgeschieden. Und nicht. Oh, Logitech hat ein neues Overlay, um die Tasten zu ändern. Du hast ein neues Overlay? Ja, Logitech hat ein, hat das, die Tastenzuweisung und so, das Overlay gewechselt. Oh, da muss ich mal selber auch mal gucken. Vielleicht auch schon länger, aber wenn das sehe ich da zum ersten Mal. Und bei mir steht die Tasten drin. Oh nein, bitte nicht. Ja, Ausfluss von Löwe. Ja, voll toll. Ich komm schon nicht da runter gesprungen und kackt schon ab. Bitte lass mich ganz vorne stehen, da ist der ganze Obst noch nicht da. Komm schon. Obst ist eh ungesund. Na klar. Was? Nichts, Obst ist eh ungesund. Obst ist ungesund. Ja, es bringt einen um. Ja. Du wirst damit beworfen. Du hast sogar eine Zimtstange runtergefallen. Was? Du hast sogar eine Zimtstange runtergefallen. Der Schneemann. Danke, Schneemann. Alter, wenn jetzt irgendeiner gegen mich haut hier. Haut ab. Alter. Weg, geh weg, geh weg. Das sind aber nur Bananen. Ich bin im Schlag. Ich mochte mal Bananen. Hat sich geändert. Voll doof. Alter, geh weg. Nein. Ja klar. Warte mal auf, mich weg zu schocken. Ich bin da, lauf. Alter, ich bin gleich wieder. Ich bin gleich wieder oben. Haben die mehr gemacht? Wie viel Obst war das sonst nicht? Nein. Nein, ich bin der Letzte. Nein, ich bin noch dahinter. Ich habe den Letzten noch. Alter. Oh nein. 15, 16. Nein. Ah, das war ja cool. Früher mochte ich das. Dann haben sie es gerne. Früher mochte ich Bananen. Früher mochte ich Bananen. Jetzt esse ich nur noch Wurst. Der war schön. Alle Wurst sind auch Vitamine drin. Ja, ganz viele. Und den Erdbeerkäse. Geil. Oh je. Ja, mal gucken. Ja, wir sind wieder in den Türenlauf. Geil. Den haben sie bis jetzt auch noch nie geändert. Von der ersten Season an. Sehe ich auch keinen Unterschied. Da ist auch nichts. Das ist man ja auch nicht eigentlich. Nee, ich meine so einen anderen Skinner von so süß und Weihnachtsgiften drauf oder? Ja. So, ihr kennt euch aus mit den Türen. Lauft mal vor. Ich sag hier. Ich habe keine Ahnung. Geil. Alles falsch. Ja, noch bin ich ziemlich weit vorne. Hat die auch falsch. Ja, hallo. Hallo. Jetzt ist es. Jetzt ist es RIP hier. Ja. Ja. Was ist das denn für ein geiles Ding? Ist das ein Brokkoli? Nee, dann ist es ein... Was? Da war... Hä? Was ist das? Ich glaube, ich habe hier gerade einen Regenbogen laufen gesehen mit Wolken zusammen. Ja, du folgst dich auch. Echt? Wie geil ist das hier? Ah ja. Ist das ein Brokkoli? Ist das ein Brokkoli? Das ist ein Brokkoli. Ich habe jetzt mit meinem Brokkoli rum. Wo ist das hier? Ein Brokkoli mit Weiß. Da unten. Da ist es schwer. Da war das. Zwei gibt es noch davon. Wie geil ist das denn? Das finde ich... Echt süß. Eher Blumenkohl dann, ne? Oder Blumenkohl. Ja, Brokkoli. Entweder der Brokkoli ist noch nicht reif oder schon... Der kam nicht. Aber wie richtig ist das denn? Meine Maus, hast du funktioniert im Menü? Habe ich gerade getestet und jetzt im Game nicht. Okay. Wirst du das doch mal neu starten, das Spiel? Nein. Nee. Macht ja keinen Sinn. Also macht halt einfach keinen Sinn, dass das im Menü funktioniert und nicht im Spiel. Ja, stimmt. Das ist komisch. Schiff drücken, ey. Das ist doof. So weit weg immer. So weit weg, Schiff. Ja, ganz ehrlich. Die Tastaturen werden ja immer für große Hände gemacht und nicht für kleine. Was ich schlimm finde, ist die STL-G-Taste, wenn da irgendwas draufgelegt ist. Ja, da komme ich auch nicht dran. Schiff geht noch, aber sonst... Okay, krass. Ich habe fast das Gefühl, ich muss mich immer so verdrehen oder... Total. ... bin ich mit W... Ich muss jetzt laufen und mit W reden, bei Pasmophobia. Da denke ich es mal auch so, ey, gleich ist mein Handgelenk umgedreht. Ich habe das bei HUNT total oft, weil ich ja so auf Schiff drücken muss und so mit Zielen. Also meine Finger schlafen einfach ein. Ja, oder? Weil ich halt immer so ein Krampfgefühl. Ja, weil ich die immer so verdrehen muss und so. Geh nochmal in die Mitte durch. Riskier's. Ich gehe hier auch... Versuche ich auch mal, die Mitte hier zu schaffen, aber... Nee, nee, nee. Ja, ja, nee, ja. Steh doch auf. Steh doch auf. Nee, der hat Urlaub gemacht. Ja, danke. Na, fast. Du bist mit mir runtergefallen. Ja, aua. Gleichzeitig da gerade. Auf jeden Fall kein Triumph, ey. All... Jo, ne. Macht Urlaub. Hier hält mich jetzt mit einer fest, oder? Wenn hier einer festhalten... Ey, die sind sogar echt nett gewesen, da habe ich mich nicht festgehalten. Das wurde ich aber noch nicht festgehalten. Nee, ich auch nicht. Gibt es da vielleicht nicht mehr? Ich probiere es jetzt gar nicht aus, aber... So, jetzt wieder mein Name ist hier. Doch, man kann festhalten. Ich habe es gerade ausprobiert. Ja, ich wurde recht bestraft. So, man kann das auch noch. Oh, hast du wieder... Das Ende schau mir einfach nicht. Was ist so für? Einfach, jetzt weiß ich, wie ich das mache am Ende. Ähm, ich spring da selber durch das Letzte. Ich war der Letzte. Ganz am Rand kannst du einmal rausspringen auf das Letzte. Und dann kannst du dich einfach rüberschmeißen lassen. Oh. Ja. Ja. Oh. So mache ich das immer, weil ich das auch nicht so schaffe. Das ist mir dann blöd gewesen. Dann habe ich gemerkt, so, oh, da springt dir jemand drüber. Mach ich auch mal. Und wenn es den dort... Naja, das ist wie immer am Anfang, kriegst du halt alles nicht hin. Irgendwann mit Übung passt du das dann raus. Da hat er eine neue, wenn ich habe, komm schon. Das ist blaue, ne? Weiß ich nicht, da hat er einer mit so einem Pinguin in der Hand. Nee, der blaue ist Hexagon. Ach so, das ist Hexagon. Gehe ich ganz stark davon aus. Oh, ich kann es auch mal spielen. Frost, spitze, erklär mal den verschnitzten Berg. Den verschnitzten Berg. Den verschnitzten. Den verschnitzten. Den verschnitzten. Den verschnitzten. Den verschnitzten Berg. Der verschnitzten, verschwitzten. Oh je, ich habe Angst. Boah, wie cool ist der denn? Der hat den Schia drauf. Alter. Da bin ich ja mal geflogen. Ich bin so komplett im Viva im Weltall. So, wie ich sie gerade abrufen. Oh nein. Halt die fest. Oh, nein. Oh nein. Oh Mann, das sind so ein Arschkrampel. Wenn man... Entschuldigung. Das sind auch Arschkrampel. Wir streamen auch beide. Das ist auch nicht so. Alter. Okay, ich gehe links lang. Ja, ist es. Ja, ne. Würde ich die nicht empfehlen. Aua. Ja, aber das ist auch scheiße. Mann. Ich gucke zwar Mut zu, aber sie hat bei ihr direkt in der Kamera gesehen, wie du direkt vor hier so weggeflogen bist. Oh Gott. Nein. Nein. Halt die fest. Ey. Ja, aber du bist doch ganz gut dabei im Hut, glaube ich. Dann ist man gut dann so. Oh Gott. Ah. Oh Gott. Nein. Nein. Einmal du lauf. Bitte nicht. Nur verhechten oder so. Oh Gott. Oh Alter. Du schaffst es doch. Ich habe es geschafft. Bist du drin? Ja. Vorletzt. Ja. Oh nein. Ja, das wird eng. Das wird eng. Oh, der ist noch mal runtergefallen. Wo ist der? Wo muss ich hin? Oh nein. Oh, der ist auch runtergefallen. Nein. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn da hin? Der fliegt einfach nur nach oben. Ich fliege wieder runter. Was ist denn das? Hey. Schön, wofür ich nicht. Guck mal, das flasht ein von da aus. Ja, das will ich auch. Das ist mir auch direkt jetzt aufgefallen. Warst du einholen? Ein schwarzes, ach da oben. Stimmt. Sehr süß. Da war für das neue. Oh, viel Spaß. Oh. Ach, den Kapitän ist es auch noch drin. Oh nein. Ich hasse das. Ach, Quatsch. Ich hasse das wirklich nicht. Nein, wie kann man das hassen? Ich wollte sagen, abschweifen. Da mag jeder. Oh, ich hab nicht mal ein Schwein. Den holst du dir ja jetzt. Du musst ja nur am Ende haben. Du kannst die ganze Zeit rumstehen und dann in der letzten... Ach cool, das ist anders. ...den Sekundenversuchen, naja, zu... Ja, dein Schwein. Ey. Das hat die jetzt so... Hämmer. Das hat die... Da, guck mal, da ist Alex. Nee, da ist er, da ist er. Da, Alex. Wie mach ich das denn? Einfach krabbeln. Spielst du mit Tastatur? Ja. Dann mit E... Nee, Shift. Schiffsteuersteuerung, ganz von beiden dann. Wenn du Standard bewegt bist. Genau so. Du darfst aber nicht die ganze Zeit aus, sonst bist du langsamer im Laufen. Ich seh nichts. Jetzt. Jetzt. Nein. Jetzt, da. Perfekt, lauf, lauf. Einfach laufen. Laufen. Kein Stress. Es darf hier nun jemand kriegen, 47 Sekunden lang. Alles gut. Kein Stress. Ich guck nach hinten. Oh Gott, der ist einfach... Nein, die wollen nix von dir. Vor allem der andere Weihnachtself, das ist so richtig die Weihnachtselfen jagt gerade. Die sind einfach nur stolz auf dich. Hey, du hast meinen Job geklaut. Los, komm her. Oh Gott, die wollen dich von links. Wuh. Oh, da kam Kalle. Ich bin ja froh. Oh. Kein Stress. 22 Sekunden nur noch. Als wenn du schon so lange überlebt hast. Ja, das wird eng. Das wird eng. Alter, nicht gedriffen. Oh, wie gut. Oh, die haben sich aber gut... Hä? Die haben sich um entschieden. Stimmt. Du bist so gut gewesen. Die haben aufgegeben. Du bist gerade gut weggekommen. Ja, du bist gerade alleine. Lauf. Einfach laufen. Oh. Super. Nice. War bei WTF. WTF. Ja. Ich weiß. WTF. Wie schlecht. Ich war zu einem, das ist auch noch da. Wer ist denn da denn? Gut. Ist auch ein Pirate. Pyrate. Pyrate. Gucken, was jetzt kommt. Finale, oder? Mit acht? Ja, ja. Finale. Finale. Ja, klar. Aber was für ein Finale? Mal gucken. Hexagon, der neue. Oder blaue Hexerin. Oh je. Oh. Rogenprobe. Oh je. Das schaffst du doch. Für alle Menschen außer mir machbar. Nee. Nicht. Nee. Also. Der Akku-Bootax hat ja nicht schon, weiß ich nicht, wie oft. Ja, das war aber auch die Anfangsdinger danach, was auch immer schwerer gefühlt ist. Weil die auch schneller anfangen. Ja, aber das hast du schon ein paar Mal geschafft. Ja. Oh, die ersten Plattformen fallen. Seien Sie auch gespannt. Bei den diesjährigen Hüpfenweiß-Hauthaften. Hier stehen die Finale. Ja. Ich hab noch gar kein Emote gemacht, fällt mir da ein. Ach stimmt. Gibt's ja auch noch. Das wird knapp jetzt. Das wird knapp jetzt. Was? Ja, na. Nein. Ich bin da hängen geblieben. Oh nein, weil ich hab grad auf dich eher so gehört. Wir können Emote machen. Was? Emote machen. Ich war schon so brainer. Ich war grad so brainer. Die Gedanken vom Moon. Jetzt ein Emote. Ja. Ja, das stimmt. Ich hab mich so schnell ablenken lassen. Ey, das gibt's ja nicht. Boah, ich hab Schneemannkost. Oh, ein blaues Auto. Oh Gott. Ich hab'n Schneemann unterteilt. Oh, so'n Unterteil. Ich hab'n Schneemann unterteilt. Oh, einen Stimmen hab'n ich auch. Ich hab'n Schneemannkost. Ja. Ja. Ich nicht. Warum? Hä? Ach, ihr seid schon wieder weiter als ich. Ich bin jetzt bei Level 5 um sie zu kurz, weil ich so schlecht bin. Ich bin gerade bei 6. Ich bin gerade bei 6. Ja, eben. Ja. Gewein. Und nächste Runde ist es gerade auch bei Level 6. Deswegen gerne wieder einschalten, liken und bis zum nächsten Mal zuvor, Guys. Tschüss. 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 Was Schlimmes? Ich glaub noch nicht mal, als ich nach der nächsten Runde bei 6 bin. Ich bin jetzt bei 5 und halb. Auf jeden Fall.